Salut Heute geht es um falsche Freunde. Falsche Freunde sind Freunde, die nur so tun als ob. Manche deutschen Wörter klingen so ähnlich wie französische Begriffe, haben aber eine ganz andere Bedeutung. Pauline und Nicolas werden dir heute von ihren falschen Freunden erzählen. Salut, je m'appelle Pauline et je suis française. Et moi, je m'appelle Nicolas et je suis allemand. Dis donc, Pauline, qu'est-ce que c'est un acte? Un acte, ça veut dire Handlung. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.